Musik Es geht heute, meine Damen und Herren, um den größten Lustspieldichter Frankreichs und gewiss nicht allein Frankreichs, um Molière, der mit bürgerlichem Namen Jean-Baptiste Boclin hieß und von 1622 bis 1673 lebte. Er wurde in Paris geboren und starb auch dort. Doch dazwischen lag lange, lange Jahre der Wanderschaft, des Tingelns durch die Provinzen. 13 oder 14 Jahre, in denen sein Werk seine unverkennbare Gestalt annahm. Gestatten Sie mir daher auf einem scheinbaren Umweg, auf unser Ziel zuzusteuern. Ein Umweg, der uns zunächst nach Italien, zur Commedia dell'Arte führt. Denn diese Kunstform war für den Helden unserer Sendung, für Molière, von allergrößter Bedeutung. Das europäische Theater der vergangenen, sagen wir, fünf, sechs Jahrhunderte, meine Damen und Herren, kennen wir im Lauf seiner historischen Entfaltung ja in den verschiedensten Fassungen. Streng religiös im christlichen Mysterienspiel vor den Toren der Kirchen oder der Klöster. Dagegen die griechische Klassik, die Empfindungen Schrecken und Mitleid beschwörend. Wir finden sie am Theater der Könige oder der Fürstenhöfe, gerade in Frankreich. Und dann gab es noch das Theater für alle diejenigen, denen die Höfe verschlossen und denen das Mysterienspiel eine allzu schwere seelische Kost war. Das war das Theater auf den Straßen und den Marktplätzen. Und bei dieser Form denken wir zu Recht und am liebsten an Italien. Schon, weil es dort auf den Straßen und Plätzen am buntesten, am lautesten und am lustigsten zuging. Und gewiss auch, weil ein so oft heiterer Himmel hier fast zwangsläufig zum natürlichen Verbündeten einer gelungenen Freilichtveranstaltung wurde. Unsere Rede ist, Sie haben es längst gemerkt, verehrte Zuseher, unsere Rede ist von der Comedia dell'arte, den Künsten der Komödie. Oder, wenn Sie es philologisch lieber etwas strenger haben, vom Schauspiel, von seiner Dramaturgie, doch auch von seiner Aufführungspraxis als Handwerk. Wir sprechen von jeder prallgefüllten Wundertüte, in der seit dem späten 16. Jahrhundert Gaukler und Akrobaten, Schauspieler und Tänzer, Musikanten und Komponisten so lange miteinander wetteiferten, bis eine erkennbare neue und verbindliche Kunstform entstanden war, die spätestens im frühen 18. Jahrhundert ihren Siegeszug durch West- und Mitteleuropa antrat. Johann Wolfgang von Goethe, der sich in Theaterfragen seines fast eisernen Magens rühmte und mehr als nur eine Aufführung der Comedia dell'arte sah, hatte höchstes Lob für diese Form des Theaters. Doch er wäre nicht unser Goethe gewesen, hätte er nach einer ihn zu Lachtränen rührenden Vorstellung nicht gleich hinzugefügt. Niemand im guten Ruf rühmt sich darin gewesen zu sein. Goethe war ein Mann des Adels, Molière dagegen stammte aus einer Familie, die dem Adel zuarbeitete. Als Handwerker, als Artisan, als Dekorateure, als Hersteller von Wandbezügen. Wenn auch auf höchstem Niveau als Hoflieferanten die Räume geschmackvoll auszugestalten wussten und unter den Pariser Handwerkern machte sie das zum Adel. Für den Adel blieben sie selbstverständlich Handwerker. Für den Dramatiker Molière, wir reden gleich noch über ein paar Leuchtpunkte seiner Biografie, für den Sohn des Pariser Tapezierers Poquelin hatte dieses Wort Handwerk keinesfalls eine abwertende Bedeutung. Gut möglich sogar, dass gerade diese Herkunft, seinen Blick auf den idealen Bauplan, die Konstruktion eines gelungenen Theaterstücks schärfte. Auf Grundelemente oder zentrale Figuren wie im Schachspiel. Auf die Gestalt des Pantalone etwa, den reichen Kaufmann, den etwas trotteligen Vater und Ehegatten, von dem niemand versteht, woher er seine Macht bezieht, weil er doch andauernd betrogen wird. Oder auf den Dottore, den geschwätzigen, geldgierigen, geizigen, meist auch geilen Gelehrten. Oder auf die Zanni, die Diener, auf Pulcinella. Bitte, meine Damen und Herren, Sie dürfen gerne beim Italiener Ihres Vertrauens Spaghettis sagen, wenn Sie sich im Italienischen versuchen wollen. Doch Pulcinella bleibt ein Mann, trotz des A am Ende. Der Urahn unseres Hans Wurst, entfernt, sehr entfernt, verwandt mit Arlecchino, unserem Kasperle. Zu schweigen von den stets klug zwitschernden Kammerfrauen, den wahren Drahtzieherinnen des dramatischen Geschehens. So wie Heinrich von Kleist später das Marionettentheater analysierte, entdeckte Moliere in der italienischen Comedia dell'arte wichtige, prägende Grundformen der szenischen Anordnung, die sich eben nicht nur auf die noch Goethe-belustigenden Hanswurstjaden anwenden ließen, sondern auch auf, sagen wir, die Gestalt eines Menschenfeindes, eines Misanthropen. Auf die Geschichte eines im doppelten Wörtsinn eingebildeten Kranken, auf einen Betrüger namens Tartüff, auf einen Bürger als Edelmann oder auf die Geschichte von jungen Frauen, die bei der Heirat lieber dem Diktat ihres Herzens als den Investitionsplänen ihrer Vormundschaft folgen wollen. Und in fast allen Fällen war die Technik, war das Handwerk ein Garant des Erfolges. Ein Garant des Erfolges, doch beileibe nicht der Einzige. Denn wonach dem Besuch einer Aufführung der Comedia dell'arte oft nur die Erinnerung an ein unterhaltendes Spektakel blieb an schenkelklopfendes Vergnügen, erreichte Moliere in seinen Stücken scheinbar spielerisch eine Dimension, in der die Komödie, jederzeit die Tragödie, das Verstörende heraufbeschwor. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass in der Gestalt Molières dieses hinterhältigen Verzauberers die verschiedensten Prägungen ihre Wirkungen hinterlassen hatten. Neben dem künstlerischen Spieltrieb war das, und das ist nicht nur so nebenbei zu bemerken, eine sehr, sehr gründliche akademische Ausbildung mit das Feinste, was sein Vater seinem Sohn im damaligen Paris bieten konnte. Es ging los in dem von Jesuiten geleiteten Collège de Clermont, setzte sich fort bei dem berühmten Professor Pierre Gassendi, einem Briefwund von keinem Geringeren als Galileo Galilei. Heute kennen wir den Namen von Gassendi meist nur noch, wenn wir uns astronomisch beschäftigten, weil, und das hätte Molières sicher gefallen, ein großer Krater auf dem Mond nach ihm benannt wurde. Wichtiger, aber noch viel wichtiger, dieser Pierre Gassendi war ein akademischer Querkopf, der sich furchtlos mit allen Autoritäten anlegte, den weltlichen wie den kirchlichen. Und so liegt der Schluss nicht ganz fern, dass Molière auch hier sich in einer Haltung ermutigt fand, die wir einmal höflich als unangepasst bezeichnen dürfen. Fügen wir noch hinzu, dass zu seiner Ausbildung auch das Studium der Rechte gehörte. Dann leuchtet uns schon ein, dass all diese Figuren, die später einmal von Molière auf der Bühne verspottet wurden, auch Vorbilder deuten, die unserem Helden in irgendeinem Abschnitt seines Lebens angenehm oder hässlich aufgefallen waren. Mit einer leichten Einschränkung lässt sich diese biografische Deutung sogar auf das späte Frauenbild Molières anwenden. Mit 21 oder 22 Jahren lernte er die nur ganz wenige Jahre ältere Schauspielerin Madeleine Bejarke, sozusagen die Prinzipalin des französischen Theaters, die ihn dazu brachte, mit der eigenen Familie zu brechen und sich stattdessen ihrer Truppe anzuschließen. 20 Jahre später heiratete er, einige sagen die jüngere Schwester, andere sagen die Tochter der Bejarke, eine Frau, die es, wie ein Biograf schrieb, fertig brachte, durch ihr oberflächliches, kokettes Wesen sein ganzes weiteres Leben zu verbittern. Das mag, muss aber nicht stimmen. Molière hatte sich zu jenem Zeitpunkt auch noch genügend andere Feinde gemacht, die ihm das Leben verbitterten. Aber der Reihe nach. Der künftige Dichter und Schauspieler ist Anfang 20, als er sich der Theatergruppe mit dem klingenden Namen L'Illustre Théâtre anschließt, eine Gruppe, die bald vor dem finanziellen Ruin steht. Und der Papa ruht den Sohn gerade rechtzeitig noch aus dem Schuldturm und dann unverzüglich Paris verlassen muss, um in der Provinz ihr Glück zu finden. Es wird eine Wanderschaft von knapp 14 Jahren. Mal steht die Truppe unter dem Schutz eines Herzogs, mal unter dem eines Prinzen. Es geht quer durch Frankreich und die Truppe Molière ist längst die Anführer geworden. Die Truppe macht in dieser Zeit all die Erfahrungen durch, die ein Theater, wie man es heute so sagt, meine Damen und Herren, die ein Theater on the road machen kann und machen muss. Und wenn Sie je die Gelegenheit haben, den Film von Ariane Mouchkine über Molières Wanderjahre zu sehen, 1978 wurde er in Cannes mit einem goldenen Preis, Palme, ausgezeichnet. Zögern Sie nicht, Sie behalten statt meiner dürren Worte die eindrücklichsten Szenen von diesen Wanderjahren einer Schauspieltruppe im Gedächtnis. Und das von einer Künstlerin vorgeführt, die ihre Kunst vor dem großen Vorbild Weißgott nicht verstecken muss. 1661 landet die Theatergruppe wieder in Paris, in der Hauptstadt. Die Schauspieler führen hier auf, was höfisch gefragt ist. Die Kunst mit dem Hohen K, ein Stück von Racine vermutlich. Und zeigen dann in einer Zugabe, was sie auch noch können. Rotz freche Komödie, wie sie das Volk erfreut. Der Hof ist amüsiert. Molière kriegt sein Theater in der Hauptstadt, im Petit Bourbon, später im Palais Royal. Und kann sich voll entfalten. Ist erfolgreich und stürzt somit folgerichtig und in fast unmittelbarer Konsequenz in das raffiniert engmaschige Netz von Intrigen, Verleumdungen, Nachstellereien. Die andere weniger erfolgreiche oder um ihren Erfolg bangende Künstler, Schauspieler, Prinzipiale und deren Mentoren einem Neuankömmling aus der Provinz bereiten können. Sogar Lully, Molières Hauskomponist, der ungerechterweise erst 15 Jahre nach Molières Tod an einer törichten, sich selbst zugefügten Verletzung stirbt, konspiriert gegen ihn. Die Kirche betreibt und bewirkt seine Exkommunikation. Und gerettet, getragen, bestärkt wird er allein von wem? Klar, von seinem Publikum. Nehmen wir, verehrte Zuseher, nur ein einziges Stück, um zu zeigen, warum hier einmal der Geschmack des breiten Publikums der richtige, der grundgescheite Ratgeber war. Ein Stück, das, wenn Sie gestatten, an den gesunden Menschenverstand appelliert und folgerichtig der eingebildete Kranke, Le Malade Imaginaire, heißt. Es geht um die bitterböse Darstellung des Hypokonders, des Menschen, der weiß, dass nur er alles Leid der Welt auf sich zieht. Es geht folglich um den Schaden, den er leiden kann, wer zu inbrünstig an Experten. In diesem Fall sind es die Ärzte, glaubt. Und es geht nicht zuletzt auch um die Einsicht, dass lebenspraktische Klugheit, das um jetzt einmal ein ganz großes Wort zu bemühen, dass es um die Sache der Aufklärung nicht schlecht bestellt ist, wenn diese Rolle der Aufklärerin von einer vermeintlich Ungebildeten, von der Zofe Antoinette, übernommen wird. Der eingebildete Kranke ist ein Stück, das jeder, das alle, die in unserer oder irgendeiner anderen Gesellschaft über Gesundheitsreform reden, gesehen, wenn nicht auswendig gelernt haben sollten. Präziser sind weder die sich gleichgebliebenen Standesvertreter noch ihre um Aufmerksamkeit winselnden Patienten je getroffen worden. Wie stets in seinen Werken wusste Volier bis in das Pianissimo des Details. Von welchem Verhängnis die Rede war, er war ja selbst krank, der Behandlung von Ärzten ausgesetzt. Und es ging nicht um eingebildete Symptome, was uns und leider auch ihn zu einer Schlussbörnte führt, in der das Tragische dem Komödiantischen die Narrenkappe absetzt. Molière stirbt während der vierten Vorstellung des eingebildeten Kranken. In der, sagen wir es mit Ehrfurcht, verehrte Zuseher, naturgemäß in der Hauptrolle.